Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Seibert von der Firma Samcon und ich möchte heute unsere erste Panoramakamera für den X-Bereich vorstellen. Panoramakamera heißt an der Stelle den Kompromiss zu finden zwischen zwei Wünschen oder zwischen zwei Welten. Zum einen haben wir Kunden, die normale Kameras installiert haben, wo der Blickwinkel einfach nicht ausreicht. Wir kommen aus klassischen Gehäuselösungen, wie zum Beispiel aus der Gehäusegröße, vielleicht mit 90, vielleicht mit 100 Grad raus. Das ist oft zu wenig. Auf der anderen Seite haben wir Kunden, die Domkameras gewöhnt sind, die in einem sehr großen Bereich, 360 Grad, sehr viel auf Details gucken können. Dazwischen bewegen sich die Panoramakameras, wo wir hier für den X-Bereich ein Hochleistungsmodell entwickelt haben. Die Kamera kann nicht nur 180 Grad Blickwinkel, die kombiniert und generiert dieses Bild auch aus vier einzelnen Sensoren mit vier separaten Objektiven, so dass das Hauptbild eigentlich algorithmisch zusammengesetzt wird und der Kunde wirklich den Eindruck hat, das komplette Panorama, daher den Namen Panoramakamera aufzufassen. Kombiniert wird die Kamera noch mit unserer Anschlusstechnologie. Wir haben da unseren Flip-Connect-Mechanismus eingebaut, der unterschiedlichste Kabel, unterschiedlichste Kabelleitungseinführung sehr einfach zu installieren erlaubt. Das Gerät kommt im Prinzip ausgeliefert mit einer vorgeflippten RJ45-Buchse. Dazu gibt es eine Arretierung. Solange die Arretierung drangelassen wird, wird das Kabel konfektioniert, aufgelegt, der Arretiermechanismus wird entfernt, das Kabel wird in dem Gehäuse versenkt, die Kabelleitungseinführung wird zugedreht, damit wird der druckfeste Raum entsprechend geschlossen. Die Installation funktioniert genau andersrum und damit ist die Kamera nicht nur sehr leistungsstark, sondern für den Kunden auch sehr einfach zu installieren und in Videomanagementsysteme einzubinden. Vielen Dank!